Servus Leute, willkommen zu meinen Lesemonaten Juni und Juli. Ja, ich habe das Ganze mal wieder zusammen in einem Monat gesteckt, weil es einfach irgendwie der Juni doch zu dürftig war. Ich habe im Juni angefangen mit Harry Potter und der Halbblutprinz, allerdings hier das stellvertretend für das Hörbuch. Ja, ich habe den Orden des Phönix zu Ende gehört und Harry Potter und der Halbblutprinz weiter gehört. Ja, muss ich jetzt, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Des Weiteren, habe ich gelesen, das Dunkle Herz des Waldes, von Naomi Novik aus dem CBJ-Verlag. Ich lese euch ganz kurz mal den Klappentext vor. Agnieszka liebt das Tal, in dem sie lebt, das beschauliche Dorf und den silbernglänzenden Fluss. Doch jenseits des Flusses liegt der Dunkle Wald. Ein Hort böser Macht, der seine Schatten auf das Dorf wirft. Einzig der Drache, ein Zauberer, kann diese Macht unter Kontrolle halten. Allerdings fordert er einen hohen Preis für seine Hilfe. Alle zehn Jahre wird ein junges Mädchen auserwählt, das ihm bis zur nächsten Wahl dienen muss. Ein Schicksal, das beinahe so schrecklich scheint, wie dem bösen Wald zum Opfer zu fallen. Der Zeitpunkt der Wahl naht. Alle wissen, wen der Drache aussuchen wird. Agnieszkas beste Freundin, Kasia, die schön ist, anmutig, tapfer. Alles, was Agnieszka nicht ist. Niemand kann ihre Freundin retten. Doch die Angst um Kasia ist unbegründet. Denn als der Drache kommt, wählt er nicht Kasia, sondern Agnieszka. Ja, ein Fantasy-Abenteuer mit einem dunklen Wald, mit ganz außergewöhnlichen Bäumen in diesem dunklen Wald. Ganz außergewöhnlichen, mir bisher noch nicht bekannten Monstern. Und ja, allerdings, das Buch, ich glaube, ich kann rein handwerklich nicht wirklich was dran aussetzen. Das hat Hand und Fuß, ist eigentlich gut geschrieben. Für mich reicht einfach das Ganze nicht so hundertprozentig. Die Welt, in der das spielt, ist irgendwie nicht so meins. Hat mich nicht ganz so hundertprozentig gecatcht. Die Story ist eigentlich ganz gut, würde ich mal sagen. Ich finde auch, die Protagonisten haben was. Aber es fehlt einfach so der letzte Pfiff in der ganzen Story. Diese ganze Welt, in der das spielt, hat einfach zu wenig Substanz für meinen Geschmack. Ich meine, du kannst sowas natürlich nicht mit einer Geschichte von Tolkien vergleichen. Aber ja, ich würde schon ein bisschen mehr hoffen auf so eine Welt. Trotz allem, es ist, also ich kann es, es ist für ein Fantasy-Fan kein Ding. Das kann man mal lesen. Aber ja, ich denke mal so in, boah, das Geilste und Beste und so. Ja, da werdet ihr, glaube ich, nicht so hundertprozentig in Jubel ausbrechen. Deswegen von mir auch nur neun Punkte und ja. Dann des Weiteren habe ich gelesen, ich halte mal stellvertretend hier von Heiko Griesbach die anderen beiden aktuellen Hexen-Internat-Bücher in die Kamera. Ja, schnell wieder weg. Denn, boah, hier ist es echt warm. Denn ich habe diese andere Reihe gelesen von Heiko Griesbach, die in derselben Welt von Hexen-Internat spielt. Nämlich Wolf Camp. Und zwar habe ich da 1, 2 und 3 bisher gelesen. Das ist jetzt, ja, man kann es sehr schnell lesen, denn die einzelnen Teile gibt es nur als E-Book und die E-Books sind jetzt nicht so gigantisch umfangreich. Ja, ihr kennt ja diese dünneren Büchlein von Heiko Griesbach. Ähnlich müsst ihr euch die Wolf Camp Bücher vorstellen. Die gibt es halt nur als E-Book. Bisher dementsprechend, ja. Ja, das war eigentlich schon mein Juni-Juli-Lesemonate. Ich wollte mich noch irgendwie kurz entschuldigen, dass die letzte Zeit ein bisschen wenig von mir gekommen ist. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich an Arbeit überquelle. Ich habe ja auch noch einen normalen Job. Und ja, da pressiert es ziemlich bei meinem aktuellen Projekt. Und da wird gearbeitet wie blöd. Und ja, da bist du abends, wenn mal endlich Feierabend ist, ist man da ganz schön gestresst und einfach kaputt. Und ja, manchmal geht da einfach nichts mehr. Man hat ja auch noch andere Dinge zu tun. Man hat ja leider, leider, Blödsinn. Man hat ja eben auch noch ein normales Privatleben. Und lesen will man ja auch noch ein bisschen. Und ja, leider kommt ihr da ein bisschen zu kurz momentan. Aber ich hoffe, das wird sich demnächst wieder ändern. In diesem Sinne, sorry und lest mal wieder was. Ciao.